Das Spiel gibt verschiedene, also Sevilla, in der B-Jugend die Deutsche Meisterschaft. Es sind ein paar dabei, an die man sich gerne erinnert. Welchen Sinne gehen sie dann? Mit der Familie zu Hause zu sein. Ein Gesetz der Rache. Nicht so Lieblingslieder, also eher so eine Richtung Reggaeton ist das. Impanadas. Wahrscheinlich als Anwalt gearbeitet.